Jetzt nehm ich auf und jetzt machst du nichts... Henn mich. Ne, das ist kein Fake. Mach nochmal was du gerade gemacht hast, ich möchte ein gutes Prä-Intro, machst du das bitte? Nein. Mach mal. Nein, nein. Mach jetzt. Sag, was du gerade gesagt hast. Was soll das denn? Nein, das war übrigens nicht, was ich gerade gemacht habe. Das hast du doch wieder geschafft, ey. Ich wollte gerade sagen, das ist gekauft. Das ist gekauft. Was spielen wir für ne Map? Ich kann das gar nicht. Bonio, meine Freunde der Leichnung. Du bist heute funny drauf, kann das sein? Wir spielen wieder eine Runde Bad Wars. Mit MCX. Bye bye. Ach Tim. Ach die Map. Ja, ach die Map. Wir spielen Airships. Weil wir... Ja, wir müssen dominaten jetzt. Top-Zeit liegt bei zwei Minuten, neun Sekunden. Okay, meine ist... Eins. Weil ich hab die Top-Zeit. Weil Tim immer abends in die Bad Wars Lobbys geht, die starten lässt, sodass er eine Sekunde hat. Mieser Schweine, Alter. Mann, kann der mal weggehen? Nein. Okay, warte einen Moment, ich hab jetzt auch schon die Sachen... Ich geh hoch, denn... Bist du unnötiger? Er steht hier, bis er zwei Stacks hat und dann kauft er sich die ersten Sachen. Dann kauft er sich ne Rüstung natürlich erstmal. Alter! Okay, ich bin oft leer. Oh, jetzt... Oh, jetzt... Oh, jetzt... So, ich brauch nur einen. Okay. Ich hab 36. Braucht ja nicht mal ne Spitzhacke eigentlich. Warte, ich... Er steht schon wieder drin. Oh, es sind jetzt zwei Stück, die drinstehen. Alter! Du nutzloses Stück! Butter! Ich bin runtergefallen. Ernsthaft? Ernsthaft? Nicht dein Ernst, Tim. Okay, wir sind nicht... Bei einem Jock. Die Leute, die nicht als erstes in der Mitte sind, verlieren meistens die Runden hier tatsächlich, ne? Also ernsthaft jetzt. Die Mitte ist viel zu OP auf der Map. Oh, warte. Ah ne, haben wir verkackt. Das haben wir verkackt jetzt. Wenn wir die noch drehen... Dann, äh... Sieht's gut aus... Alter! Sieht's gut aus für uns, wollte ich gerade sagen. Oh, ne, wir sind tatsächlich als erstes in der Mitte. So, Moment. Ich werde kurz die Sachen hier zu uns kotzen. Johohohohoho, genau! Genau das meine ich nämlich, Tim. Was? Haben wir verloren? Ne, ne, das was du machst, ist richtig. Hast du noch Blöcke? Nee, ich hab keine mehr. Hat er noch Blöcke? Bitte hat er, hat er Blöcke. Oh, er ist so alt, leider fliehen. Der hat einfach ein Eisenschwert, der Typ. Hä? Es sind doch nur drei, es sind doch nur drei in der Mitte, die spawnen. Wie kann er, hä? Und den zweiten Spawner wieder mitgetickt. Gucken wir uns nochmal für. Wie macht man das? Rückwärts rangehen? Ja. Du verrätst uns doch, Mann. Nee, ich stehe auch hier getillt. Du hast auch einfach nicht angegriffen. Wie geil das ist, Alter. Wie undercover wir unterwegs waren gerade, Alter. Wie geil das einfach auch ist, dass wir auf das gegnerische Schiff fließen können. Ohne Problem und alle uns durchlassen. Ich hab da auch noch Scheiße gekauft. Die sind aber auch bei uns, glaube ich, oder? Nee. Oder? Links ist noch einer. Ja. Wo ist der andere? Und rechts ist auch einer. Ich versuche ihn hier runter, der versteckt sich nämlich. Okay, er fällt. Na, ich hab's verkackt. Jetzt ist der eine bei uns. Einer ist bei uns. Echt? Ja. Er fällt gleich runter, glaube ich. Ja, er fällt, 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 fällt. Ich komm einfach und der ist voll am Fighten, ey. Und er fällt, 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 fällt. Er sagt, fällt, 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 fällt. Fällt, 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 fällt. Noch eine Runde hinten dran. Fakt, fakt, fackly, fakt. Sag, fakt, fakt, faktly, fakt. Fakt, 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 fakt. Fakt. Nicht Tim? So, dann sind wir in der zweiten Runde. Wir spielen nochmal eine Runde Halloween. Die Map hat mir gestern unglaublich viel Spaß gemacht. Die fand ich sehr, sehr cool. Deswegen dachte ich mir heute, spielen wir doch nochmal eine Runde. Komm, 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 komm. Und rösten ein bisschen aus zusammen. Unser Mate macht das ungefähr so gut wie ich gerade. Und zwar nicht sehr gut. Okay, du bist gleich schon in der Mitte, ne? Kann das sein? Ja. Auf einer Skala von 1 bis 3. Oh, hier ist jemand. Weg ist er. Zack, Alter. Er hat doch nicht nur noch weg. Oh, Mann, oh. Okay, ich habe 4 Gold. Ich habe den Bogen. Du kannst durchrushen. Okay, ich wasche. Nein, nein, nein. Ich dachte, der checkt es nicht, wenn ich nichts in der Hand habe, so wie die gerade auf der ersten Runde. Oh, no, Alter. Oh, no. Mann. So, warte. Och, nee, jetzt hat er alles weggenommen. Ich möchte doch nur... Hä? Ich will doch nur spielen. Hm. Hm. Ich tue doch nicht. Hä? Nicht dumm? Da. Oh. Hab ich den falsch anbekommen? Ich tue doch nicht. Ich tue doch nicht. Hörgerst du wieder die anderen Teams. Sind wir tot? Wir sind tot, ne? Wir sind tot? Ja. Was? Wow. Tim ist tot. Nein. Nee. Nein. Bist du tot? Nö. Oh, cool. Wie heiße ich denn? Wie sind alles tot? Ich bin carry irgendwas. Hallo. Wer bist du denn? Ich bin bei rot gerade. Killsie. Lauf weg. Ich helf dir. Warte. Wenn ich da jetzt noch wegkomme, dann ist... Oh, ich schieße die ab. Ja, nice. Komm zu mir. Ich schieße die ab in dir. Ja. Soll ich zu dir? Ich bleibe aber da. Okay. Gut. Gelb ist nur noch einer, ne? Das wird tatsächlich eine spannende... Aua. Verdammt. Das wird tatsächlich eine spannende... Muss ich gerade runterboxen oder was? Eine spannende Runde dann an der Stelle. Crazy, Alter. Okay. Gelb kann uns jetzt richtig ficken, ne? Die holen sich die Mitte. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ja. Die haben einen Bogen. Die haben einen Bogen schon. Ich meine schon. Oder? Ne, jetzt gleich dann. Also wenn die zurücklaufen, musst du die auf jeden Fall snipen. Der läuft links, der läuft links, der läuft links. Ah, shit. Er hat einen Bogen. Okay, scheiße. Ja, dann geh mal zurück lieber, bevor er dich kickt. Geh mal zurück, geh mal zurück, geh mal zurück. Tim, 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 tim. Ui. Tim, 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 tim. Ui. Oh Gott, ich hab auch die ganze Zeit nur zugeguckt vor Aufregung. Will mir mal Rüstung geben. Ja, das wäre eine Idee. Oh, da ist was drin. Das nehme ich mir. Und dann mal eins, zwei, drei. Jetzt muss ich mich ja auch equippen, ey. Ich bin doch gar kein Typ fürs Equippen. Ich mag das gar nicht. Ich mag nicht Equipped, Bad Rost zu spielen. Aber obwohl, so geht es eigentlich tatsächlich. Weil, weil ich dann tot bin, wenn ich tot bin. Das ist so ein anderes Ding. Da habe ich dann weniger Skrupel, mich auszurüsten. So, einmal, zweimal, dreimal. Nein, langsam musst du doch sterben. Was? Oh, da jetzt. Komm, Tim. Nein. Egal, Leute, zurück. Oh Gott, ey. Ey, ich sag's dir, der Gelbe, der rams uns down. Das kann doch nicht sein. Mann. Warum der Gelbe? Weil der Gelbe doch der Einzige ist, der ein Bett hat. Und da sind alle geliebt. Oh, jetzt. Yes. Endlich. Yes. Da ist der Bogentyp hier weg. Nice. Gehst du in die Mitte? Nicht mitkommen. Der Gelbe kommt. Okay. Das ist jetzt natürlich eine Mission. Die ist impossible. Wenn du den kriegst, das wäre geil. Oh, dann würde ich direkt gehen. Lass mal vor. Ups. Ja, warte, warte. Lass dich nicht kicken jetzt. Lass dich nicht kicken jetzt. Gucken, ob wir ihn kriegen. Ich probier's. Ja, lass eingreifen. Wir sind zu zweit. Ja. Okay. Nice. Okay, jetzt komm weg. Ich habe keine Spitzhacke. Mach du. Ich schlag ihn. Ja, okay. Sehr gut. Nice. Da unten, da unten, da unten, da unten, da unten. Der rote. Da unten. Siehst du den? Den kannst du kriegen. Ja. Wuhu. Oh, wir machen das jetzt. Wir machen das jetzt, Alter. Oh, 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 oh. Was ist das? Achso. Achso, das ist scheiß scharf. Was ist das? Ich komme jetzt hier noch. Oh. 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 Wie gut das war, Alter. Ohne Bett. Das war richtig gut. Das war, komm, high five auf drei, okay? Eins, zwei, drei. Ah, verdammt. Ich kann das nicht gut. Nicht? Nein. Nochmal. Du musst ja auch. Nein. Okay, warte. Eins, zwei. Eins, zwei, drei. Ah, nein. Das war eine lange, sehr lange. Okay, so. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ansonsten auch gerne mal bei Tim vorbeigucken. Da werden wir jetzt auch noch eine Runde machen. Der Kanal ist ganz oben in der Beschreibung verlinkt. Und ich fand die Runde extrem geil. Guter, guter, guter Showdown. Gutes, gute, gute Liebe. Guter, guter, guter Sex. Und deswegen bei 3000 Likes trinke ich einen Milchshake. Milchshake bei 3000 Likes mit Videobeweis. Drei, okay. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Warte, die Frage ist, lädst du mich dazu ein? Ja, mache ich. Ich habe gerne einen Milchshake. Oh, danke. Okay. Mit 3000 Likes. Bis dann, ciao. Was gibt es bei 4000? Double Milchshake. Ja? Mit zwei Flavoren. Was ich ganz gerne esse auch, wenn es schon Milchshakes gibt, auch so ein Spaghetti-Eis oder so. Oh, echt? Das ist echt viel. Aber ja, okay. 5000? 5000 Likes. 5000? 5000 Likes sind Spaghetti-Eis mit Double Milchshake für Tim. Also Leute, strengt euch an, denn dem Tim geht es nicht gut. Gut, tschüss, bis zum nächsten Mal jetzt. Ciao. Bis dann.